Hallo und herzlich willkommen. Moment, sorry. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Montagmorgen, 8. Januar. Kurz nach 6 haben wir es. 10 nach 6 haben wir es und ich habe am Samstag, ich war ja hier, ich habe den Cut, den 336 vorgeladen. Da werde ich mir jetzt noch einen Löffel rausholen. Dann haben wir unsere Neujahrsansprache. Dann kommt ein Mitarbeiter von der BG, der unsere jährliche Unterweisung macht. Ich denke, dass der kommt heute. Da müssen wir mal gucken. Heute ist ja, wie gesagt, der achte erst die großen Proteste beginnen. Bin kein Gegner davon, sage ich ganz, ganz ehrlich. Ich bin definitiv dafür, dass endlich gegen diese Ampelregierung vorgegangen wird, aber das soll hier nicht Thema werden. Damit nur sagen, müssen wir dann halt mal abwarten, was der Tag bringt, wie lange das dauern wird, ob wir heute überhaupt rausfahren. Das werden wir alles sehen. Aber ich bin da, ich bin arbeitsbereit. Arbeitswillig bin ich nicht, aber ich bin bereit. Ja, und der Rest sehen wir dann einfach. Wie gesagt, ich mache jetzt noch die Ketten dran, werde ich den Stapler nehmen, werde mir einen Löffel noch laden für den Bagger und dann geht's los. Wahrscheinlich. Vielleicht erst gegen halb zehn oder zehn. Aber ich denke, der Bagger wird heute noch rausgehen. Schauen wir mal. So, das war eigentlich alles, was ich dazu noch, was ich jetzt sagen kann, im Moment, was dann rausgeht. Ach, sorry. Wo ist der jetzt kommen? Der KMC muss auch noch raus. 9.56 geht wieder nach Mainz runter. Der muss erst heute Morgen, aber das wird bis Ende der Woche dauern, denke ich. Freitag oder so. Weil der Transport muss ja wieder angemeldet werden und, 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 keine Ahnung. Oh, müssen wir wieder über das Werksgelände fahren. Weiß gar nicht, warum wir weiter. Das erste Mal musste man das nicht machen. Das erste Mal durften wir ganz normal rüberfahren. Keine Ahnung. Jo. Warten wir jetzt ab. Also das ist, diese Woche ist noch definitiv zu fahren. Wenn dann alles mal draußen ist, dann geht's halt wieder ruhiger. Dann werde ich vielleicht auch der ein oder andere Tag Kippe fahren. Der Sendebogen steht auch noch in Kreiseslautern-Vogelweh. Wir werden sehen. Also wir fahren, wie gesagt, Solo. Wir sind mit 10, 10, 12 Autos. Wir fahren mal Richtung Alzey. Gucken, soweit, soweit wir kommen. Wir sollen da bei den Protestfaden machen wir mit. Also wir werden sehen. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Das war's. So eine ganze Horte vorne rausgefahren. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, was Sache ist. Einfach mal hin und nach. Vielen Dank. So, machen wir den Ton an. So, machen wir den Ton an. So. Ja, gehen wir mal raus, gehen wir mal gucken, wie das hier weiter von sich geht und starten. Ich denke, wir fahren alle später mit runter Richtung Main oder so. Ich weiß es nicht. So, ich bin wieder zu spät dran mit meiner ganzen Einschalterei. Ich fahre auf der Brücke stehen und machen Filme, nehme ich an. Bilder. Also es fährt alles mit, das ist vom Autobahnkreuz. Ballzei, Ausrichtung, Ausrichtung Kaiserslautern kommend ist auch alles dicht. Weil halt alles, ich nehme an, wenn wir durch sind hier und dann werden die dann abfahren. Also ich habe schon daran geglaubt, dass halt viele teilnehmen hier dran. Ja, aber dass es so viele sind, also es ist schon Wahnsinn irgendwo. Also ich weiß nicht, dass es so viele sind. hier doch mit der scheiße da außer mensch kurz kurz telefoniert also vorne raus so weit so weit das auge blicken kann hin und aus so weit es so weit die spiegel reichen sind ja nur noch 30 kilometer viel spaß alles gut jetzt scheint es jetzt eine rolle dass man wenigstens 20 20 holt oder so also ab 15 kmh geht mein tempomat das finde ich sehr gut kamerateams so und die waren man 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 und 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 So, es ist kurz vor meins. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, fahr mir nicht mit in die Stadt rein. Es dürfen, glaube ich, nur 150 Fahrzeuge rein in die Innenstadt und der Rest muss, glaube ich, dann hoch aufs Messegelände. Keine Ahnung. Aber es blinkt alles gelb vor mir. An jeder Auffahrt hier stehen mindestens, ja, ich sage mal so zwischen 50 und 100 Fahrzeuge. Hier sind auch viele, viele PKWs dabei, die einfach demonstrieren möchten. Das ist schon, ist schon brutal. Also, wenn man das erkennt, vorne raus blinkt alles, alles gelb. Und ich denke, vorne an der Kreuzung wird dann auch, also wenn das wirklich so kommen sollte, wird dann auch getrennt, sage ich mal. Kollegen von uns sind schon auf dem Weg runter in die Stadt. Ja, die sind schon so weit weg, die sehen wir gar nicht mehr. Da ist noch so ein Container dazwischen und auch ein Misch. Ja gut, da ist ja die Kassandansage rechts, ganz rechts. Das sehen wir jetzt, glaube ich, kaum noch eine. Ja. Muss ich mal gucken. So rechts fällst du dann aus, guckst du die flache Gebäude, da wo. Geht jetzt noch reichen. Ja, kann sein, die Altkur-Weißkasse. Wir stellen die Leiterung von der Runde schon in die richtige Zeit, die LKWs. Da habe ich schon gedenkt. Können wir ja kaum noch zu gern machen, oder? Also wenn ich das richtig verstanden habe, die LKWs rechts und die Traktoren links. Also wir LKWs dürfen nicht mit rein in die Stadt. Das ist dann wohl sicher. Vorsicht rechts, kommt ein Motorrad da. Zu Pöden Schäden ist heute gemacht, ja. Also in die Stadt dürfen wir nicht mit rein. Also wir müssen jetzt hoch auf, ich glaube, den Messeplatz. Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Achtung, Platz auf der rechten Seite. Ich melde mich gleich wieder. So, 16 Uhr, zu Hause. Wieder aufgesattelt. Ich habe Fahrzeug fertig gemacht, alles. Wir waren ja heute bei der Demo dabei, sind Richtung Mainz gefahren. Als wir dann auf diesen Messeplatz kamen. Ja, wirklich kam dann einer und hat gesagt, was wir alle mit den LKWs hier machen würden, das wäre doch eine Bauern-Demo. Völlig unangebracht, diesen Satz, finde ich. Wäre jetzt kein einziger Spediteur oder Baggerbetrieb oder was auch immer halt, wäre kein einziger mitgefahren, dann wäre der Satz genau andersherum gekommen. Warum war niemand dabei von euch, warum dies nicht, warum das nicht, warum, wieso wäre es halb. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das genauso gekommen wäre. Ja, egal, wir waren dabei. Ob wir das jetzt hätten müssen, unbedingt ohne in Mainz machen, weil jetzt um diese Zeit läuft es gerade hier bei uns in Kaiserslautern. Ich wäre lieber da mitgefahren. Na ja, egal. Morgen früh geht es weiter nach Völklingen. Bis denn. Hallo, am Dienstagmorgen. Ich habe den 3,36 noch geladen, den bringe ich gerade über nach Völklingen. Ich bin schon so lange nicht mehr da, ich muss mal das Navi mit. Mitlaufen lassen. Und du musst kurz warten. Ich will dir nur da rum. Ich will nur da rum. Also, so, 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 Au, mal drüben. Au, mal drüben. Au, mal drüben. Nee, 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 nee. Komm, raus. Komm, raus. So, nach dem Berg hoch und dann bin ich da. Wackelfahrer, wie gesagt, ohne Kollege sollten schon da sein. Da sind wir da schon. Da sind wir schon. Da sind wir schon. Da stehen die hier drin. Okay, da fahren wir halt hier hin. Was soll der Geiz? Gut. 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 Schöne Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Oh, yeah. Ja. So, so, so. Das war's. 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 Okay. Okay. Das war's. 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 Das war's.